In der Dunkelheit des Krankenzimmers lag Heinz Hönig schweigend, sein Atem war so schwach wie der letzte Hauch einer sterbenden Kerze. Familie und Fans sahen aus der Ferne zu, ihre Herzen erfüllten sich mit Trauer über den kritischen Zustand des Mannes, den sie liebten. Heinz Hönig kämpfte aus eigener Kraft nicht nur mit Herausforderungen auf der Leinwand, sondern auch mit gesundheitlichen Schocks im wirklichen Leben. Seine vierte Notoperation am Herzen war ein Kampf mit dem Tod, dem er nicht entgehen konnte. In seiner dunkelsten Stunde saß Hönigs Frau, eine Frau mit einem Herzen voller Liebe und Entschlossenheit, neben ihm und ging Tag und Nacht nicht weg. Sie wollte ihre ganze Kraft einsetzen, wollte dem Mann, den sie liebte, ein wenig Licht, ein wenig Hoffnung bringen. Der in Landsberg am Lech geborene Heinz Hönig ist ein Schauspieler mit einer erfolgreichen Karriere, von seiner berühmten Rolle in »Das Boot« bis zu anderen Kunstwerken wie »Der große Bellheim« und »Der König von Sankt Pauli« kämpft nun um sein Leben. Doch Heinz Hönig war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein liebevoller Ehemann und Vater. Der Verlust seiner ersten Frau, Simone, hinterließ eine tiefe Lücke in seinem Herzen. Und seine zweite Frau Annika, in der er Vertrauen und Wärme gefunden hat, teilt mit ihm die Last des Lebens. In dieser Zeit hoffen und beten alle, dass Heinz Hönig diese Herausforderung meistert und in sein Leben und seine Familie zurückkehrt. Im dunklen Krankenzimmer schwirrten Erinnerungen an helle Bühnenzeiten und warme Familienerinnerungen noch immer in Heinz Hönigs Kopf, auch wenn er mit Schmerzen und Schwäche zu kämpfen hatte. Die Menschen um ihn herum, einschließlich seiner Kinder und seiner liebevollen Frau, warten auf ein Wunder, eine neue Chance für ihn zu leben. Unterdessen verfolgen Fans auf der ganzen Welt Hönigs Situation mit Sorge und Hoffnung. Dank der talentierten Rollen und unterhaltsamen Momente, die er mitgebracht hat, hoffen sie, dass er diese Herausforderung meistern wird, um auch in Zukunft eine Inspiration für sie zu sein. Im Kampf um Leben und Tod ist Heinz Hönig nicht allein. Er ist umgeben von der Liebe und Unterstützung seiner Familie, Freunde und Fans. Und egal, wie das Ergebnis ausgeht, die Liebe und der Respekt für ihn werden weiterhin bestehen bleiben, als unauslöschliches Zeichen in den Herzen derer, die ihn kennen und lieben. Das Herz von Annika, der zweiten Frau von Heinz Hönig, lastete schwer auf Angst und Furcht. Sie konnte nicht aufhören, über die Möglichkeit nachzudenken, ihren geliebten Ehemann zu verlieren, der zu einer Stütze und einer großen Quelle der Ermutigung in ihrem Leben geworden war. Jede Sekunde, die vergeht, ist eine neue Herausforderung, ein unsichtbarer Kampf, an dem Annika nicht mit Heinz teilnehmen kann. Doch egal wie sehr sie an seiner Seite blieb, Sorgen und Ängste umgaben stillschweigend ihr Herz und machten jeden Moment schwerer. Doch Annika gab nicht auf. Indem sie sich gegenseitig an den Händen hielt und betete, indem sie an der Hoffnung festhielt und an die Kraft der Liebe glaubte, versuchte sie, sich zu stabilisieren, damit sie Heinz in diesen schwierigsten Zeiten eine Quelle der Ermutigung und des Trostes sein konnte. Auch wenn Annika von Sorgen und Ängsten erfüllt war, gab es in ihrem Herzen immer einen Funken Hoffnung, den Glauben, dass sie es mit Geduld und bedingungsloser Liebe schaffen würden. Wir werden alle Schwierigkeiten überwinden und alle Herausforderungen gemeinsam meistern. Das Schweigen von Heinz Hönig, der immer noch im tiefen Koma liegt, bereitet nicht nur Annika, sondern auch seiner Familie und seinen Fans Koma. Jeder Tag, der vergeht, ist eine neue Herausforderung, eine ständige mentale Herausforderung, sich mit Unsicherheit und Angst auseinanderzusetzen. Beim Anblick von Hönigs friedlichem Gesicht konnte niemand die inneren Kämpfe erkennen, die in seiner Seele vor sich gingen. Vielleicht kämpft er in seiner Welt einen Kampf, der nicht sein sollte, aber unvermeidlich ist. Mit jedem Schlag seines Herzens schienen seine Familie und Freunde in ein Meer aus Sorge und Hoffnung getaucht zu sein. Sie hoffen, dass jeder Atemzug, jeder Herzschlag von Heinz ein Zeichen dafür sein wird, dass er kämpft, sich dem Tod widersetzt und alle Schwierigkeiten überwindet. In Momenten wie diesen hört jede Träne der Hoffnung und des Wartens nie aufzufließen, wie ein letztes Gebet für die Gesundheit und das Leben der Person, die man liebt. In diesem Bild von Schmerz und Angst haben die Menschen das Gefühl, vor einer unüberwindbaren Mauer zu stehen. Jeder Tag scheint ewig zu dauern und jede Sekunde, die vergeht, ist eine neue Herausforderung für Geist und Seele. Annika, die Frau von Heinz Hönig, hatte immer noch Glauben und Hoffnung in ihrem Herzen, aber sie konnte nicht anders, als in Angst und Furcht zu schwelgen. Das Bild der Zukunft war verschwommen und unklar, und in jedem Gedanken sah sie einen Tod, dem sie nicht ins Auge sehen wollte. Inzwischen teilten auch Familie und Freunde Annikas Gefühle der Hilflosigkeit und Angst. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als zu warten und zu hoffen, dass jeder neue Tag eine positive Nachricht bringen würde, ein Zeichen dafür, dass Heinz langsam zu ihnen zurückkehrte. Jeder verfolgt jede Nachricht, jede kleine Entwicklung und betet in seinem Herzen, dass Heinz Hönig diese schwierige Zeit übersteht, damit er als starker und kraftvoller Mensch zu ihnen zurückkehren kann. Der Bewusstseinsverlust von Heinz Hönig war ein großer Schock für seine Familie und Angehörigen. In diesem düsteren Bild werden Angst und Furcht noch größer, da ein wichtiger Teil des Selbstbewusstseins und der Verbindung verloren geht. Die Familie von Heinz Hönig durchlebt eine unvorstellbare Tortur. Jeder ist mit Unsicherheit über die Zukunft konfrontiert und wird von Gefühlen der Hilflosigkeit und Angst überwältigt. Aber inmitten des Schmerzes und der Sorgen hörten sie nie auf zu hoffen und zu beten. Hoffentlich bringt jeder Tag eine kleine Besserung, ein Zeichen dafür, dass Heinz langsam zu ihnen zurückkommt. In diesem Kampf gaben sie nie auf. Sie werden weiterhin an Heinz' Seite bleiben, warten und hoffen, dass er alle Schwierigkeiten überwindet, damit er als Mensch voller Gesundheit und Bewusstsein zu ihnen zurückkehren kann. In der Dunkelheit der Bewusstlosigkeit steht jede Person in Heinz Hönigs Familie vor einer unvorhersehbaren Prüfung. Ihre Herzen sind voller Tränen, voller Schmerz über die Abwesenheit ihrer Lieben. Annika, eine liebevolle Ehefrau, trägt immer noch die Flamme der Hoffnung in ihrem Herzen. Obwohl sie weiß, dass der Weg, der vor ihr liegt, voller Dornen und Schwierigkeiten sein könnte, gibt sie ihren Glauben an die Kraft der Liebe und des Willens nie auf. Auch die Kinder von Heinz spürten, obwohl sie noch klein waren, die Schwierigkeiten und Sorgen der Familie. Mit jeder Geste versuchen sie, kleine Dinge zu tun, um die Last ihres Vaters zu teilen, aber in ihren Herzen hegen sie immer noch die Hoffnung, dass ihr Vater bald zu ihnen zurückkehren wird. Und auch Freunde und Fans haben Hönigs Familie ihre Unterstützung und ihr Beileid ausgesprochen. Alle sind der gleichen Überzeugung, dass Heinz alle Schwierigkeiten überwinden und als romantischer und lebendiger Fragen stellen. Und ich stelle auch Fragen, zum Beispiel 9a, wie gut ist dir das Lernen gelungen, wo denkst du, stehst du und ich möchte bitte eine ehrliche Antwort. Und eine letzte Frage vielleicht noch, welche Instrumente sind für Schülerfeedback empfehlenswert? An wen, an mich? Gerne an Sie und ansonsten alle können beispringen. Schülerfeedback oder Klaus? Ich kann schlicht und einfach an das, jetzt fällt mir der Name nicht ein, großer Entwicklungspsychologe von der Uni Landau, der hat ein Tool ins Internet. Andreas Helmke, Andreas Helmke und EMU heißt es, jetzt habe ich es. Dieses Tool kann jederzeit abgerufen werden, kostenfrei und kann auch variiert werden und eignet sich wunderbar für Schülerfeedback. Genau, das verwenden wir auch in der Präsenzzeit und jetzt auch in der Distanzzeit, genau. Jetzt sind Sie dran. Wir würden Sie bitten, Ihre Kameras soweit zu aktivieren, nochmal die Haare kurz zu richten und dann geht es in unsere Breakout-Sessions. Da sind wir gerade schon am Vorbereiten, dass Sie das gut gestalten können. Es wird zehn Breakout-Sessions insgesamt geben. Eine mit Klaus Wild, mit einem Monika Buhl, Ottomar Hild-Miesow, Thilo Engelhardt, Rosaline Nürnberger. Dann kommen noch als weitere Moderatorinnen und Moderatoren dazu Johannes Schuburz, Simone Töpfer, Vincent Steine, Lena Häusler und Petra Strehle von den Deutschen Schulakademien des Deutschen Schulpreises. Und dort wird es zehn Diskussions, also es gibt jetzt zehn Diskussionsräume, wo Sie auch selber sich einschalten können, Ihre Erfahrungen kurz noch miteinander teilen können. Die Moderatorin stellt sich in diesen Räumen selbst kurz vor. Es wird keine Vorstellungsrunde geben, dazu sind wir zu viel. Aber wenn Sie sich zu Wort melden mit Bild am allerbesten, dann sagen Sie ganz kurz, wer Sie sind und welche Rolle Sie haben. Also ganz kurz. Die Fragen, die wir Ihnen gerne mitgeben würden, sind A, wie sieht selbstgesteuertes Lernen in Ihrer Schule aus? Wo können Schülerinnen an Ihrer Schule selbst entscheiden, Verantwortung zu übernehmen? Wie sieht es in Ihrer Schule mit Feedback aus, generell aktuell? Und was können Sie aus den Impulsen der Schulen mitnehmen? Das Ganze steht jetzt einerseits im Chat, wird andererseits gleich nochmal per Host-Announcement quasi reingegeben. Sie müssten jetzt gleich, wir kommen dann auch gleich nochmal hier in den Raum zurück. Sie werden dann zurückgerufen. Erstmal viel Spaß in den Breakout-Sessions. Es war eine wahnsinnige Beteiligung. Und wir haben sowohl in Mentimeter gesehen und wir sind gar nicht bei den ganzen Fragen hinterher gekommen, die ordentlich zu moderieren. Wir haben jetzt auch bei den Breakout-Sessions gesehen, die rege Beteiligung, dass Sie da sofort reingegangen sind. Wir sind gespannt, wie die Ergebnisse der Breakout-Sessions aussehen. Wir sind aber vor allem auch gespannt über Ihr Feedback zu der Veranstaltung hier. Bitte, bitte unbedingt das Feedback ausfüllen jetzt schon mal aufmachen und dann für später speichern. Wir haben uns auch eine kleine Überraschung oder eine Belohnung für Sie ausgedacht, um da extrinsisch nochmal was draufzusetzen. Bei 50% Rückmeldung, was wirklich viel ist, bei so einer großen Teilnehmergruppe, senden wir an fünf Teilnehmer ein kleines DSA-Überraschungspaket. Bei 60%, das wäre rasend viel, sechs Überraschungspakete und so weiter. Und das Ganze wird dann im Losverfahren. Das ist nicht First Come, First Serve, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, wenn die Follow-Up-Mail kommt, dann immer noch das Feedback zu machen. Aber Sie kennen das ja lieber jetzt als später. Sie kriegen im Anschluss nochmal eine Mail mit den PowerPoints.